Wenn ich jetzt sage, ich gehe hinauf, was sagst du dann? Ich gehe Augen. Augen? Wie die Augen? Genau. Ich gehe auf den Berg rauf. Ich gehe auf den Berg Augen. Wow. Und wenn ich jetzt wieder runter will vom Berg, dann sage ich, ich gehe den Berg runter und du sagst? Ich gehe vom Berg Ochen. Ochen. Augen und Ochen. Also Augen und Ohren, kann man sich gut merken. Augen gehen immer nach oben und die Ohren, die gehen immer nach unten hinein. Inni. Inni. Ich gehe ins Rathaus hinein. Ich gehe ins Rathaus, Inni. Ich komme aus dem Rathaus wieder raus. Ich komme vom Rathaus außer. Außer. Drumherum. Ich gehe ums Rathaus herum. Ich gehe ums Rathaus dumm. Dummidum. Das klingt fast, als würdest du mich verarschen, wenn du mir das sagst. Das klingt so wie... Nein, das klingt wirklich so. Dummidum.